Hallo zurück zu unserer Arm-Challenge 30 Tage, heute Tag 10, ja ihr seht unser Programm und wir legen los mit Armkreisen, das ist das Erste was wir tun, Arme nehmen wir auf die Seite, Stefan ist top vorbereitet, wir können direkt loslegen, die Zeit läuft. Richtig schön kreisen, ihr wisst wie das ist, seht das wie jetzt ein kleines Warm-up an, Arme bewegen, vorwärts. Wir wechseln die Richtung dann einfach nochmal, es sind noch 15 Sekunden, ich seh es, alles gut, ich brauche noch keine Brille. Schön arbeiten, wir kreisen, vielleicht geschafft, 3, 2, 1, okay, dann andersrum, wir kreisen rückwärts, ihr könnt auch kleine Utensilien nehmen, was ihr zuhause habt, wir haben unglaublich viel Desinfektionsmittel hier bei uns, ja, das heißt, und Wasser ist klasse, es gibt vielleicht noch so ein bisschen zusätzlichen Reis, probiert das ruhig mal aus, so eine Wasserflasche halb voll, wow, ich muss gar nicht schwer sein, jawohl, und dann hätte er geschüttelt, nicht gerührt, es läuft aus, das könnt ihr auch mit euren Mixgetränken machen zuhause, habt ihr gleich wunderschön geschüttelt, ja, und stopp, es läuft, okay, so, als nächstes die Dips, dazu würde ich dann den Stuhl nehmen, meine Assistenz ist nicht so überfordert, ein schöner Rücken kann auch erst rücken, vielen Dank, lieber Cody, wir machen Dips, ich weiß zwar nicht genau, wie viele, aber wir machen einfach mal die ersten Zunehmen, um so zu warm, also, wieder immer, wir starten hoch und tief. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und der letzte, Acht, vielen Dank, so, wir machen weiter, Bergsteiger, Toni, möchtest du? Hey, finde ich klasse, okay, so, der Toni übernimmt, wir machen Bergsteiger, los geht's, zwei, drei, vier, wo es nicht klappt, es kann gerannt werden, fünf, sechs, sieben, drei, neun, zehn, Da hätte man jemand kehren müssen. Jetzt ist mir ordentlich gemacht. Elf, zwölf, dreizehn, immer drei, sie sind gut für das, 14, 15, und jetzt Gang zwei, Toni, los, 16, jawoll, 17, 18, 19, 20, Gang drei, 3, 31, 21, 23, 24, 25, 25, nicht aufgeben, 10, 26, 27, 80, 29, 30, so, Toni, 30, 31, 31, 32, 31, 34, und jeder Seite noch einleiten, 35, wunderbar, sehr gut, so, lieber Toni, oh, es ist wirklich in Schwänzen, so, ja, jetzt wird ein langsam warm, oder nur langsam, haben wir jetzt noch Energie für acht, in Schwänzen. Genau, lieber Toni, los geht's. Eins, zwei, drei, 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 vier, drei, okay, ich glaub das war Nacht. Toni hört auf, jawoll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Bis morgen. Viel Spaß beim Mitmachen.